Oh Ich will ja nicht rein Alter, ich seh gar nichts Ach du Scheiße, gut, dass wir die Taschenlampe nicht weggelegt haben Alter, draußen ist helllichter Tag, mach mal die Gardinen auf, Junge Höh Boah, Alter, im Spielzimmer ermordet Hahaha Der dicke Flatschen Ah, und wir kriegen die Muni genau fürs Richtige Hast deine Hausaufgaben nicht gemacht, geschieht dir recht Kinder müssen hören Manchmal eben mit Gewalt So, hier haben wir nischt Hier haben wir noch, ach ne Fernbedienung, ich dachte das wäre Muni Zwei Fernbedienungen Die Dekadenten Scheißer Die lassen sich da gut gehen, im Kühlschrank ist auch nischt Ich komm nach Hause, nichts ist gekocht Mutti Ich sehe schon die Mutti Alter, da ist doch noch was vor der Tür Da siehst du den Kopf, der da ab und zu Das ist bestimmt der Cousin Der Ach das ist so ein Ich bin Pro-Gamer Ach hör auf, und das war's noch nicht? Ich muss da jetzt noch Alter, ich dachte ich bin jetzt In Kirkville Und bin jetzt, ich dachte ich bin jetzt zu Hause Ich dachte das wäre jetzt schon das Zuhause Kannst mir doch nicht erzählen, dass hier noch weiter geht durch Irgendeine Fußgängerzone Drei Spritzen, Leute Seid ihr wahnsinnig? Was kommt denn da jetzt noch? Ach Scheiße, Mann Ich bin auch der König der Nachlader So, geht's nämlich auch Ich wollte Muni sparen Tch Tch Alter, der Wind jagt mir grad so ein bisschen Gänsehaut Übern Rücken Oh, das ist aber wirklich ein schönes Fahrrad Tja, kann ich aber nicht mitnehmen Hier, Stromkasten Wer schießt denn da? Ach, da hinten Abwisch ich den Alter, Headshot Auf zwei Pixel genau getroffen Wo sind die denn, Alter, diese Tüten, Leute? Der schießt hier durch die Garage durch Alter Ich beschwere mich bei der Nachbarschaftshilfe Inventory full Ich mein, ich könnte die Glock-Magazine alle gebrauchen Ich seh das Fadenkreuz jetzt Ach, da steht auch was im Weg Ich würde die Glocks gerne mitnehmen Vor allen Dingen, weil da jetzt so schön viele Muni Da gibt's Vier Magazine hätten wir jetzt dafür Noch ne Spritze, was ist denn hier los? Hier kommt irgendwas Hier kommt irgendwas furchtbar Schlimmes Irgendwas ganz furchtbar Schlimmes kommt hier Höh Hey, kleiner Krabbelmann Ja, wer ist der Krabbelmann? Ja, wer ist der Krabbelmann? Ja, wer ist der Krabbelmann? Bist du der kleine Krabbelmann? Guck mal, ich hab hier was für dich In jedem siebten Ei Voll ins Face So, der kleine Krabbelmann ruht sich ein bisschen aus Wir haben noch ein Magazin gefunden zum Glück Ich lad direkt auch mal nach Ausnahmsweise Huch, ich wollte ja eigentlich Muss ich hier wirklich rein oder ist das jetzt Ein Bonus Tonbandgerät, ich will ein Tonbandgerät Ich würde gern ein Tonbandgerät Ich hätte gern Hallo? Wo muss ich denn bloß hin? Ne, hier waren wir noch nicht, ne? Hier könnte jeder dieser Nischen Könnte wieder irgendwas lauern Jetzt ist man auch nicht mehr so großzügig mit Muni Ach Mensch, ja das ist äh Twilight Zone Das liegt daran, dass wir hier bei Simon im Kopf sind Bei Herrn Desu sozusagen Das erklärt auch einiges Der verrückte Hund Der verrückte Hund So Hier ist nisch da Kommt dir was aus dem Büschen gesprungen, wenn ich das aufnehme? So Alter, wir kriegen die ganze Zeit Muni geschenkt Wir kriegen die ganze Zeit Spritzen geschenkt Hier kommt irgendwas richtig Schlimmes Noch genieße ich die Ruhe Aber ganz ehrlich, ich glaube Die ist bestimmt gleich vorbei Könnte ich die Karre schnappen und einfach abhauen? Außerdem sollte ich mal versuchen, hier alle Türen rein Bei allen Türen reinzugehen übrigens Das ist eine Schande, dass ich das nicht mache Weil vielleicht gibt es da noch irgendwo einen Bonus Oder noch irgendwo Ein kleines Geheimräumchen oder so Vielleicht auch nicht Okay, wir müssen doch gleich Ich mein Kirkville kann nicht so groß sein Habe ich bei Google Maps nicht gefunden Bist du bekloppt? Deine Mutter ist tot, die ist ein Monster Ich mein, das war sie auch vorher schon Aber jetzt ist die tot, ein totes Monster Ich mein, das war sie auch vorher schon So, ich suche natürlich vorher nochmal alles ab Ist ja ganz klar Hier ist es nicht Hier hat jemand falsch geparkt wieder Okay, und hier kommen wir wieder nicht durch Tja, ich würde sagen Dann geht's für Simon Für sie Mönchen Geht's jetzt ab nach Hause Ich höre Autos in der Ferne Hier wohnt er also Alter, ich will da nicht rein Hä? Wie? Finally Home? Oder war's das hier? Verwechsel ich das gerade? War bestimmt das hier Weil hier sind die Stufen kaputt Auch nicht War's das hier? Hä? Hallo, Finally Home? Muss ich jetzt auch einen Schlüssel finden? Oder war's dann doch das hier, weil das so ganz abgelegen ist? Es war das hier Mom? Mom? Where are you? Mom? Mom? I'm here, Simon I'm here Okay, kein Head and Shoulders So war jetzt so gut Alter Ich rede wenig Um die Anspannung zu vergrößern Die mich hier auch gerade ein bisschen befällt Oh, schöne Aussicht aber Hier so im Grün und so Eigentlich hübsch Natürlich müssen wir die Treppe nach oben nehmen Und Gott sei Dank dürfen wir vorher speichern Gott sei Dank dürfen wir vorher speichern Ich überspeichere mal das Lacke Hause Da will ich mich nie wieder hin zurück Alter, das erschreckt mich jedes Mal Wenn er plötzlich anfängt zu springen Okay, Mutti ist wohl nicht zu Hause wie es aussieht Hübsch hat's das hier aber, ne? Könnte mal wieder neue Texturen installieren Die gute Dame vielleicht ein HD Pack oder so Aber sonst ist es doch ganz hübsch hier Auch die geblümte Tapete ist einfach ein Traum Das Pour Das Pour Das will ich nicht Wideración 8 Sonst A A A A A A Oh nein, wir müssen gegen uns selbst, wir müssen gegen uns, Alter, wir sind im Rollstuhl und müssen gegen uns, was, Alter, ich will nicht im Rollstuhl sitzen, Hilfe, Hilfe, ich kann mich kaum bewegen, Alter, ich komme mir vor wie Disco Jones, wie soll ich jetzt die Treppen runterkommen, wieso ist hier ein Notausgang, ich kann, Alter, was ist das denn, Alter, und wieso habe ich kein Inventar mehr, Wofür habe ich denn die ganzen Waffen gerade gesammelt, ich will da nicht raus, Alter, guck doch mal dahin, und dieser scheiß Rollstuhl, der lenkt sich mega scheiße, Alter, ich kann mit dem Rollstuhl nicht umgehen, Ich habe das Gefühl, ich fahre hier gerade in die Wand Nein, wir fahren doch nicht über die, Alter Ach du Scheiße, ey, ihr kranken Bastarde Ah, dieser Rollstuhl, ah, dieser Rollstuhl, ich will nicht im Rollstuhl, ein Rollstuhl-Shooter ist aber auch immer eine geile Erfahrung, wieso gibt es denn sowas nicht, das finde ich voll diskriminierend, ich finde es sollte auch Rollstuhl-Shooter geben, gibt ja auch Paralympics, Alter, wie krank der Level hier einfach ist Ach du Scheiße Vor allem, ich kann hier kaum nach links und rechts gucken, kann mich kaum bewegen, wie soll ich denn gegen den antreten, ich fahre hier gegen sämtliche Wände Alter, das krieg ich doch niemals hin Nur noch zwei Magazine Ach du Scheiße Ach du Scheiße Scheiße, 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 jetzt bloß da reinkommen Okay, wir kriegen den ganz gut down Er uns leider auch Und ich habe kein Inventar mehr Und ich kann natürlich Auch nicht ausweichen Ach Scheiße, Mann Es gibt übrigens alternative Enden, wo ich wahrscheinlich nicht im Rollstuhl sitze Ich weiß aber noch nicht genau, ob wir die machen, weil Muss ich mal gucken Ob ich das zeitmäßig gestemmt kriege Alter, ich hänge fest Ich hänge fest Lass mich raus Aus deiner finsteren Rollstuhl-Welt Sollten Rollstuhlfahrer zuschauen, ne Ich entschuldige mich schon, dass ich eurer Zunft so eine Schande bereite hier gerade Ich glaube, ich bin der schlechteste Rollstuhlfahrer, wo es gibt Ich will immer Rollschuh sagen Alter, der setzt uns übel zu Und wir haben keine Spritze am Leib Und ich kann auch keine Schuss unnötig verschwenden Alter Also Das fühlt sich an wie der Polizeifahrsimulator Von der Steuerung her Scheiße, Scheiße, Scheiße Ich will das nicht nochmal machen müssen Hallo? Ja! 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 Ich habe mir auch in der Zwischenzeit gegründet von zuerst gegründet Aber es war nicht nur ein Leben Es hat auch zwei Politikerinnen tot zart Ich habe sie geschossen Ich habe sie Ich habe sie beide Ich habe sie Ich habe sie Das war nicht geschehen Ich habe es nicht geschehen Ich habe es nicht geschehen Doktorze Testified that I was having a psychosis. Which means that my punishment won't be too hard for me to bear. I have to spend the rest of my life in a mental hospital. Where nurses and doctors are taking care of me. They let me finish my book. And it has helped me. A lot. I wrote a happy ending. Just for myself. I feel better now. I am more at peace with myself. Even though I'm still stuck in this wheelchair. But I accept that now. I can never forgive myself for shooting those two officers though. But I have so many supportive people around me now so. I think I will be okay. Dr. Purnell is mentoring me and is watching my progress. I am lucky to have him. Sophie visits me every once in a while. When the doctors let her that is. They still think her visits are too destabilizing for me and that it hinders my progress. I keep on telling her how sorry I am for making her life miserable every time she's here. She just laughs a bit and tells me to stop being so silly. But I can see the damage I've done to her in her eyes every time she looks at me. She found a new friend. One who is there for her and treats her right. I'm happy for her. Though I'll miss the good moments we've had. Knowing that they'll never come back. I think this is a good time to close this book. It has changed my life forever. The end. Andreas Rönnberg. Der Schuldige. Das war der Schuldige. Geile Credits übrigens. James Marchant. Ihr alten Psychos. Jody Buarema. Schicke Mütze, Alter. Und Ninja Style auch sehr cool. Stick Sutangen. Lasse Holmen. Die Credits finde ich ja richtig geil. Überhaupt, da komme ich gleich nochmal zu. Ich werde gleich noch ein bisschen was erzählen. Ähm. Geiles Ende für ein geiles Spiel. Einer hat Levic. War bestimmt die Sophie, wa? Oha. Cry of fear. Schrei der Angst. Ach, guck mal. Andreas Rumpel Rönnberg. Das ist ja geil. So, hier kommen die Credits nochmal durchgelaufen. Und ich muss ja nochmal ganz kurz sagen. Also erstmal sowieso vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, das war das Let's Play, was bisher so mental am meisten von mir gefordert hat. Das war teilweise echt anstrengend, das zu spielen. Vor allen Dingen, boah, hat man Blut und Wasser geschwitzt. Und, boah, ich hab gar keine Worte. Sehr, sehr, sehr geil gemacht. Und, dass das eine kostenlose Mod für Half-Life 1 ist, die ist einfach kostenlos. Die kann man sich einfach ziehen, wenn man Half-Life 1 hat. Das ist unfassbar. Das Ding war für mich wirklich um einiges besser als sauviele Vollpreistitel. Und das Ding hätte ich mir einfach gekauft. Ganz ehrlich, Grafik, scheiß mal drauf. Die war jetzt natürlich nicht mehr so die neueste und so weiter und so fort. Aber das Spiel ist einfach richtig, richtig geil. Muss man sagen, kannst du einfach nicht sagen. Da kannst du nichts anderes sagen. Richtig psycho, richtig durch. Die Ideen waren geil. Ähm, klar, es gab ein paar Bugs und so weiter, da kann man sich nicht beschweren. Aber, durchgehend hat das Spiel was Neues geliefert. Selbst an Stellen, wo du glaubst, es kommt nichts Neues mehr. Das haben ja ganz viele Spiele. Du spielst es und irgendwann ist es so repetitiv. Irgendwann wiederholt sich das. Irgendwann kommst du halt in diesen Trott rein. Oder irgendwas fängt an sich zu ziehen. Bla, bla, bla. Bei Cry of Fear ist es so. Nach und nach, es wurde abgeliefert und abgeliefert und abgeliefert. Und immer wenn du einen Abschnitt verlassen hast, kam ein neuer, der dich wieder geflasht hat und wieder geflasht hat und wieder kam was Neues. Natürlich gab es Strecken, die ein bisschen blöd waren mit dem Rumtauchen zum Beispiel. Jetzt zum Schluss war ein bisschen blöd. Oder wo man dann suchen musste, was man machen muss. Klar, das zieht sich ein bisschen, aber trotzdem allgemein eins meiner absoluten Lieblings-Let's Plays und so weiter und so fort richtig, richtig gut. Ja, kann ich einfach nur weiterempfehlen, wer Half-Life 1 hat, äh, unbedingt ziehen und selber spielen. Das ist immer was ganz anderes, als sich das Let's Play angucken. Also das selber spielen, wenn man sich auch richtig drauf einlässt. Bei Horrorgames muss man sich drauf einlassen, muss also so ein bisschen reintauchen. Man muss bereit sein dafür, sich erschrecken zu wollen oder halt sich ein bisschen reinzusteigern. Weil einfach nur durchzulaufen ist langweilig. Ich genieße das viel mehr, wenn ich mich hier richtig einpisse, als wenn ich nur da sitze und, naja, pum, pum, pum. War richtig geil. Thanks for playing. Thanks for making, sag ich mal. Thanks for creating. Super, super, super geil. Ach du Scheiße. F. Ja, das glaube ich. Time taken 40 Stunden. Na gut, wir haben 40 Stunden, 40 Minuten. Hä? Das stimmt doch alles gar nicht, was hier steht. 40 Minuten kann gar nicht sein. 40 Stunden kann auch nicht sein. Ich würde mich ja freuen, wenn das Let's Play 40 Stunden gehen würde. Das wäre natürlich Hammer. Naja, naja. Feierabend 146, naja. Ending Scene Nummer 6. Difficulty war easy? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, wir spielen auf normal. Ich spiele auch immer auf normal. Wieso ist das easy? Das ist ja blöd. Da ärgere ich mich. Ich muss hier leider ein Replay machen. Ne, mal gucken. Wir haben ja noch eine Menge. Cry of Fear bietet ja noch eine Menge. Da gucken wir gerade mal nach. Und zwar haben wir hier noch Custom Campaigns. Ich weiß nicht genau, ob man die jetzt hier so laden kann. Einfach. Custom Campaign. Da haben wir Memories. Und das sind die... Was ist das? Cry of Fear Community. Aha. Hör. Lockdown. Das heißt, wir können hier noch so ein paar spielen. Hier ist noch non-available. Das machen wir vielleicht auch. Ich gucke mir die vorher an, ob man die let's playen kann. Ich kann es noch nicht versprechen. Wenn man die let's playen kann, dann werden wir die auf jeden Fall zocken. Wie komme ich hier wieder raus? Escape for Options. Ich will hier wieder raus. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Egal. Ich lasse mal an. Der Zug fährt durch. Ja, auf jeden Fall. Ein super geiles Spiel. Hat super viel Spaß gemacht mit euch. Und... Boah, Alter. Ich bin... Einerseits bin ich heilfroh, dass wir durch sind. Wirklich. Wieso fährt denn der Zug jetzt von der anderen Seite? Das muss doch einen riesen Unfall geben. Wie gesagt. Einerseits bin ich heilfroh, dass wir durch sind. Andererseits super schade. Ich hab's auch... Abgesehen davon, dass Cry of Fear ständig abgestürzt ist. Hab ich's immer nur geschafft, maximal eine Stunde aufzunehmen. Weil ich mich dann so reingesteigert habe. Immer. Und dann... Alter. Ich bin echt viel älter geworden, seitdem ich das Spiel begonnen habe. Jetzt bin ich ein weiser und erfahrener Mann. Ich werde jetzt meinen eigenen Dojo gründen. Naja, Hammerspiel auf jeden Fall. Und vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Das, liebe Freunde, war Cry of Fear. Eine kostenlose Mod. Wir haben noch einige Horrorspiele vor uns. Ich weiß noch nicht genau welche. Grey hatte ich mir zu Release mal angeguckt. Aber... Ich fand den Anfang halt nett, wo man da rumgelaufen ist. Aber später hat sich das so sehr gezogen. Das fand ich super langweilig dann irgendwie. Ich weiß nicht. War auch mal ein Amnesia-Problem. Amnesia-Problem. Angefangen eine Stunde gespielt. Langweilig gefunden. War nichts Spannendes. Aber dann geht's ja erst los. War bei Grey wahrscheinlich das gleiche Problem. Ich werde mal gucken, was wir uns als nächstes Horrorgame rauspicken. Vielleicht wird's noch ein paar Tage dauern, bis wir da hinkommen. Ich kann's nicht versprechen, wie schnell es geht. Und wenn ihr noch Vorschläge für andere Horrorgames habt, dann schreibt's doch mal in die Kommentare. Egal wohin, ich lese sowieso alle Kommentare. Und dann schau ich mal, was wir uns da als nächstes auftun. Und, ähm, es kann auch passieren, dass wir eventuell bei Cry of 4 als nächstes noch ein bisschen weitermachen. Wie gesagt, ich guck mir die Dinger erstmal an, ob die Let's Play-tauglich sind. Und dann schauen wir mal. Und, äh, es gibt auch noch einen sehr schönen Koop-Mode. Ich weiß gar nicht, wo der hier ist. Ein Lockables. Was ist das? Ach, Items. Ah ja, ich hab doch schon ein paar Items freigespielt eigentlich. Naja. Ähm. Oh, inzwischen... Sieht nicht sehr deutsch aus. Naja. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Koop-Games gibt's auch. Multiplayer hier kann man sehr schön sehen. Join-Koop-Game, Host-New-Koop-Game, Random-Map. Da haben wir hier noch so ein paar lustige Sachen. Ähm. Ich bin sehr gespannt. Koop-Server, bla bla bla. Kann man sich mal angucken. Aber ich glaub, das sollen ja auch andere Kampagnen sein. Ich weiß aber noch nicht genau. Und dann muss ich mir natürlich einen schönen Koop-Spieler finden, der Bock hat, so ein Horror-Game, so ein Psycho-Game zu zocken. Schauen wir mal, schauen wir mal. Jetzt aber erst mal quitte ich Cry of Fear das erste Mal freiwillig. Boah, ja, echt. Ist das sonst immer abgestürzt? Das ist das erste Mal, dass ich freiwillig hier rausgehe. Kaum zu glauben. Wie gesagt, wenn ihr Half-Life 1 habt, zieht euch das Spiel das selber. Wenn ihr Half-Life 1 nicht habt, holt es euch allein für Cry of Fear. Und ganz ehrlich, sollte Team Psycholar, doch Psycholar, sollten sie sich hier entscheiden, davon eine, davon so ein richtiges Game zu machen. Jetzt, was weiß ich, eine Source-Version oder so mit neuen Grafiken. Meinetwegen die gleichen Level, die gleiche Story, nur vielleicht ein bisschen aufgebohrt mit neuen Grafiken. Und die würden das als Kickstarter-Projekt machen. Ganz ehrlich, ich wäre eine der ersten, die dabei sind und spenden, spenden. Das würde ich auch bewerben, ganz schamlos würde ich das bewerben. Wenn die, also wenn die Jungs beschließen, dass die Games machen wollen oder sich so eine kleine Spiele-Company machen, ich würde das sofort supporten. Ich bin wirklich sehr begeistert. Man merkt es vielleicht. Und Cry of Fear ist von allen Horror-Games, inklusive 4, 1, 2, 3, alles, was wir gespielt haben an Horror-Games bisher, Cry of Fear hat ganz weit die Nase vorn. Und da kann sich so mancher Spieleentwickler von Horror-Games, kann sich da wirklich mal eine Scheibe abschneiden. Ohne Scheiß. Eine richtig dicke Scheibe sogar. Schneide, Schneibe, Scheibe, Schneiden, 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 Kleister. Naja, jedenfalls, wie gesagt, ich hoffe, dass es da noch einiges, äh, eines Tages Nachschub gibt. Afraid of Monsters haben wir auch noch im Angebot. Hab ich, äh, schon installiert, aber ich hab noch nicht angetestet. Muss ich mal schauen, ob das läuft. Und wie das so ist, das ist ja der Vorläufer von Cry of Fear. Den können wir uns auch nochmal angucken. Es gibt also noch einiges, einiges zu tun. Wir werden noch ein bisschen Spaß haben. Und ich bin gespannt, bei welchem Game wir uns als nächstes wiedersehen. Bis dahin nochmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bald wieder, hoffentlich, in einem neuen Let's Play, Let's Test, whatever. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde jetzt noch gerne Horrorgeräusche machen, so ein Klicken oder so, aber... Ja! Naja, das ist das Einzige, was ich zustande bringe. Okay, Dankeschön nochmal. Tschüss. Ach komm, ich wollte es wenigstens mal probieren. So, jetzt aber hier raus. Geiles Spiel, geiles, geiles Spiel. Zieht es euch unbedingt. Ist kostenlos. Holt es euch. Holt es euch. Oder der Doktor kommt euch holen. Oder Simons Mutter. Die hätte auch der Endgegner sein können. Simons Mutter. Das wäre auch nochmal richtig krank gewesen. Gegen sich selbst im Rollstuhl ist auch krank, aber dann noch gegen die eigene Mutter. Die dann der Oberdämon ist, weil sie immer so verhätschelt, seitdem er im Rollstuhl sitzt. Irgendwie sowas. Naja, ich spinne hier nur rum. Okay, jetzt aber tschüss. Ich will gar nicht aufhören. Ich will mich gar nicht von Cry of Fear trennen. Das tut weh gerade. Das ist wirklich so ein leicht emotionaler Moment, weil ich mit dem Spiel so gelitten habe. Geschwitzt und weiß ich nicht was, dass ich gar nicht auf Quid drücken will. Ich will die Aufnahme gar nicht beenden. Ich will nicht von Cry of Fear weg. Das ist so ein schönes Spiel. Ich will das gar nicht. Mano. Aber ich muss wohl. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Und ich hoffe, wir können die Geningens da auch noch machen. Diese Custom Campaigns. Das wäre super, wenn wir die auch machen könnten. Die werden bestimmt aber nicht so lang sein wie das Hauptgame. Die werden bestimmt viel kürzer sein. Na gut. In diesem Sinne. Vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dahin. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.